Seid ihr kampfbereit? Rettet mit uns die Oasis. Mein Vater lebt? Wir glauben, das tut er. Und die Einzige, die ihn finden kann, bist du. Was ist Ihnen und Ihrer Schwester passiert? Jetzt bist du dann Süße. Salut. Ola, ne. Ola, ne. Was ist los? Ich wurde entführt. Ich bin irgendwo in Mexiko mit der Knarre am Kopf. Könntest du mich nach Liverpool fahren? Dort könnte ich mich erholen. Bella kümmert sich um mich. Gloria, hallo. Gloria Graham hätten wir nie in unserer Küche erwartet. Du solltest in ein Krankenhaus gehen. Nein! Bis zum nächsten Mal.